ja ja weiter 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 ein reihe oder sowas was bist du für eine ja ja sag hallo ja ja genau ok dann gehe ich weiter hoffentlich schlägst du uns hier nicht ja du mutierst langsam zur wasserrate ja komm raus mit dir raus mit dir raus mit schlägst du uns hier nicht so zwei schwäne gegen lola wer wird da sieben lola komm raus das ist auch schon keine chance die in die lola lola komm lola 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 Lolle, komm schon raus, komm, 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 Lolle, komm, sonst wird es zu langweilig hier, komm, komm weiter, 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 weiter. schon wieder ins wasser du bist ja echt, komm ich laufe mal alleine ein Actionfilm wird das bestimmt nicht das wird jetzt auch nur ein Testfilm sein mit ihr eventuell schneide ich ein bisschen rum wie gesagt es ist der Neckar in der Nähe vom Kraftwerk kein Atomkraftwerk übrigens so Lola weiter 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 so Lola weg da weg 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 hey hallo lass die Mäuse in Ruhe komm weiter 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 hopp 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 so weiter hopp 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 schau mal ob wir nächstes mal ein Film vom Steinbruch hier in der Nähe machen so wie gesagt die ersten zwei drei Videos das werden so Testvideos sein wo ich mich da mit Videoschnitt und so austoben werde mal YouTube Tools mal benutzen eventuell andere Editoren und ja schauen wir mal wie es wird so wir haben die acht Minuten erreicht also deswegen viel Spaß bis nächstes mal okay so